Heute mit Alexandra Kröber. Schönen guten Abend. Heute ist Weltmalaria-Tag. Für uns in der westlichen Welt ist die Tropenkrankheit etwas Exotisches und ziemlich weit weg. In den Tropen und Subtropen aber fordert sie immer noch hunderttausende Opfer. Eines unserer Themen. Mit nur einem einzigen Stich kann die Anopheles-Mücke den Menschen mit dem gefährlichen Malaria-Erreger infizieren. Hunderttausende sterben jedes Jahr daran. Wenn man die Krankheit behandelt, bleibt es meist nur bei Symptomen wie Fieber, Schüttelfrost und Magen-Darm-Problemen. Und deshalb ist natürlich auch eine frühzeitige Diagnose so wichtig. Die erfolgt in der Regel über eine Blutuntersuchung, die mitunter aber aufwendig und langwierig sein kann. Matibabu heißt die Alternative. Toll, toll, toll. Kein Molekül hat unser Verständnis von der Welt so verändert wie dieses. Die DNA. Der Stoff, aus dem das Erbgut aller Lebewesen besteht, quasi der Grundriss allen Lebens. Wir kennen unseren genetischen Code, wissen, dass wir zu 99 Prozent dieselben Buchstaben haben wie Affen. Sogar zu 50 Prozent identisch mit Bananen sind. In der Rechtsmedizin können selbst kleinste Hautzellen Täter überführen. In der Medizin sind Gentests nicht mehr wegzudenken. Wir können genetische Fingerabdrücke erstellen. Und sogar Musik kann mittlerweile in DNA gespeichert werden. Das alles verdanken wir diesen beiden Herren. Ja, und da wir nun dieses Geheimnis kennen, können wir auch Krankheiten heilen, Leben retten mithilfe von Gentherapien. Das ist eines der großen Forschungsgebiete der modernen Medizin. So hofft man, genetische Defekte durch die Übertragung intakter Erbanlagen korrigiert zu können. Und seitdem CRISPR-Cas in der Welt ist, hören wir eine Erfolgsgeschichte nach der nächsten. Auf die hofft auch ein sehr tapferer Junge aus London. Die Hannover Messe ist eine der weltweit wichtigsten Industriemessen. In dieser Woche findet sie wieder statt. Und dort kümmert man sich nicht nur auf das vorzüglichste um das leibliche Wohl der Gäste, sondern auch um alles Wegweisende in Sachen Industrie 4.0 und Industrieautomation. Ein wichtiges Thema aber auch, saubere Energie im Straßenverkehr. Das können Sie dazu noch bis Freitag auf der Hannover Messe finden. Es ist also viel in der Mache, aber es wird wohl trotzdem noch lange dauern, bis auf unseren Straßen nur noch Batterie- oder Brennstoffzellenautos fahren. Gerade bei E-Autos ist eines der größten Hemmnisse ja immer noch die Angst, irgendwo mit seinem Auto liegen zu bleiben. Ladesäulen sind nach wie vor rar und Strom gibt es leider nicht aus dem Kanister. In Berlin kann man jetzt allerdings dafür einen Fahrradkurier bestellen. Seitdem ich bei Nano bin, habe ich wirklich viele Vorurteile über den Haufen geworfen. Regenwürmer zum Beispiel fand ich vorher immer eher so... Dabei ist ein bewundernswertes O viel angebrachter. Er ist einfach der beste Ökoingenieur, Dünger- und Gärtnergehilfe, den man sich so vorstellen kann. Der Bodenbiologe Otto Ermann ist seit jeher von Regenwürmern fasziniert. Ein im wahrsten Sinne des Wortes riesenhaftes Interesse hat er aber an einem ganz bestimmten. Und wir sind morgen wieder auf der Jagd nach Spektakulärem aus der Wissenschaft. Ich freue mich auf Sie, haben Sie einen schönen Abend. Tschüss. 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 Tschüss.